zuerst habe ich ein rigidbody angelegt bei uns in der klasse roller agent den ich mit rbuddy abgekürzt habe und damit das einfach einfacher zu schreiben ist als nächstes habe ich ihn initialisiert mit einem get component dann den rigidbody da oben sind dann gerade noch zwei mal zeichen drinnen die ich noch raus löschen werde als nächstes kam die public transform target transform target ist immer in unity damit zusammenhängt wo halt eben die position des jeweiligen körpers ist und wir brauchten dafür dann ein override override bedeutet halt immer dass man eine funktion nimmt die es bereits gibt und diese abändert also haben wir hier den public override void on episode beginning da habe ich dann auch noch mal aus kommentiert falls der agent runterfällt wird das momentum zurück auf null gesetzt das machen wir mit einem ganz einfachen if statement if this dot transform dot local position dot y kleiner null das ist eigentlich relativ simpel also die transformation der lokalen position halt einfach nur auf der y-achse kleiner als null dann führe folgendes aus dann haben wir wieder des arbori sprich unser rigid body kriegt dann einen vektor 3 der auf null gesetzt wird vektor 3 ist halt immer xz y in dem fall von unity und genauso die velocity also die geschwindigkeit mit der sich unser körper bewegt wird auch nur gesetzt weiterhin ist es dann so dass wir den wieder zurücksetzen auf den neuen vektor 3 und zwar bedeutet das also halt xyz x ist null y ist 0,5 das ändern wir später auch noch mal weil es ein kleines problem gab und z ist auch null als nächstes machen wir dann das neue target und zwar habe ich noch mal ganz kurz bestätigt dass man da auch einfach nur normal darin arbeiten kann weil ich das mit den farben angenehmer finde dann nach einmal kurzem kompilen habe ich gesehen dass es da einen fehler gab wo eine parenthesis gefehlt hat da habe ich dann oben das doppelte zeichen rausgenommen ich meinte so ein kolon sorry heute alles ein bisschen schwierig weil ich eigentlich ein anderes experiment vorhatte jetzt habe ich hier dann noch mal die kamera anders positioniert weiß ein bisschen schwieriger war das einmal richtig einzuordnen wie man das macht nebenbei hatte ich die gesamte zeit halt eben noch die dogs offen wie man da vorgeht ursprünglich wollte ich von code monkey ein video nehmen aber wenn dann doch mit den normalen mit der normalen documentation gegangen genau hier sehen wir jetzt dann dass unsere target local position auf dem vektor 3 einem zufälligen wert zugeteilt bekommt der wurde dann noch mal multipliziert auf den xyz werten kommen wir nun also zur nächsten funktion wie dann ein override mit der kollekt observations vector sensor 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 sensoren könnt ihr euch vorstellen wie in jedem normalen auto beziehungsweise einfacher ist es in einem tesla euer agent hat verschiedene sensoren die schon in den ml agents vorinstalliert sind und die passen wir jetzt an deswegen haben wir jetzt hier einen sensor der halt eben die target also unsere ziel und unsere agenten position ermittelt mit sensor dot at observation klammer auf target dot local position damit stellt er einmal fest wo halt unser ziel eben ist und dann einmal den sensor at operation der halt die aktuelle lokale position darstellt so als nächstes muss sich natürlich der agent auch noch bewegen können das machen wir ganz einfach indem wir einen sensor einfügen ähm mit at observation rbuddy dot velocity dot x das habe ich mir dann einfach kopiert und nochmal eingefügt ähm und dann nochmal ausgetauscht auf der auf der achse weil wir brauchen ja einmal die x und einmal die z achse das ist quasi nach vorne hinten links und rechts dass wir uns dort bewegen können nachdem ich das dann gespeichert hatte und reingeladen hatte in unity schien es auch keine fehler zu geben das war soweit dann erstmal ganz cool das hat auch funktioniert genau und äh dann ging es als nächstes darum ähm ich muss gerade überlegen ich hatte da nämlich einen fehler drinnen äh in dem in dem ausformulieren weil ich das beispiel nachgeschrieben hatte ah ja genau und zwar geht es um die manipulation der geschwindigkeit und was halt eben passiert ähm da haben wir zuallererst einen force multiplayer das ist einfach nur eine festlegung einer variable die ist auf 10 der kommt später zum einsatz dann überschreiben wir äh wieder eine methode diesmal on action received action received in unity ist halt immer wenn irgendwie ein key input ist oder ähnliches was auf der tastatur gedrückt wird von den action buffers haben wieder einen dreidimensionalen vektor ctrl signal equals äh vector 3.0 äh semikolon und genau das ctrl signal x ähm ähm agiert dann halt eben in dem action buffer in der continuous action zero und äh da ist dann auch ein kleiner fehler drinnen deswegen kann ich nämlich nachher den ball einmal nur nach hinten und nach vorne bewegen weil ähm ich zweimal ctrl signal x habe aber das eine müsste x und das andere müsste z sein das ändere ich nachher aber auch noch ähm deswegen hatte ich das dann einmal kopiert und das andere ist continuous action one anschließend gibt es noch einen rbuddy ähm add force also das ist das was ich vorhin gesagt habe dass das sich halt eben multipliziert dann wird das ctrl signal sprich die richtungstaste in die wir einmal gehen und das wird dann multipliziert mit dem force multiplier den wir vorhin oben einmal auf 10 festgesetzt haben kommen wir nun als nächstes zur belohnung so ein äh agent lernt halt indem er eine belohnung bekommt also quasi eine positive bestätigung ähm wie fast alles und äh das ist relativ simpel festzulegen da wurde einfach ein float initialisiert distance to target also sprich wie weit ist der agent von dem target entfernt ähm wieder dreidimensionaler vector dot distance als funktion von unity und äh die checkt dann halt eben this dot transform dot local position also diese äh lokale position des agenten mit der target lokalen position ab ähm wenn also das target erreicht ist ähm machen wir das über ein ganz einfaches if statement wieder und zwar wenn halt eben if äh die distance zum target äh kleiner als 1,420 ähm f ist also das sind einheiten in unity f sind immer die die ähm ich nenne es mal feldeinheiten also das ist ein spezieller wert ich weiß nicht ob man es später nochmal sieht dann ist der reward ähm auch wieder eine einheit und äh wenn es geschafft wurde dann ist die episode zu Ende wenn der agent runterfallen sollte auch nochmal auskommentiert haben wir nochmal ein anderes else if und zwar ähm wenn die transformation der lokalen position abweicht äh dann wird der y-Wert wieder zurückgesetzt sprich der agent wird dann halt eben wieder auf seinen äh auf die normale höhe gepackt genau und die episode wird in dem moment abgebrochen dann hatte ich das ganze kompiliert und es gab dann da nochmal äh wieder ein paar fehler mit ein paar ähm klammern die mir gefehlt haben ähm es ist immer relativ äh witzig da nachzugucken wo es dann eben ist ähm ich glaube in dem Fall war das jetzt ein ganz simples Semikolon was einfach nur gefehlt hat und was ich dann ausbessern konnte jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken genau so ähm genau dann habe ich mir als nächstes in unity äh kurz einmal die Sachen angeguckt was wir was wir dort alles haben dann das target auf das target gezogen damit halt eben der agent weiß wo er hingehen muss als nächstes brauchten wir noch einen decision requester ähm decision requester ist quasi ein vorgegebenes Script was dafür da ist um halt eben nachzufragen was jetzt gemacht werden soll also von dem englischen decision decision requester die Nachfrage ähm handelt das dann ab und weiterhin wurde dann noch ähm behavior Parameter hinzugefügt behavior Parameter sind dafür da um halt eben das Verhalten ähm festzulegen wie es halt eben funktionieren soll das habe ich dann auch einmal umgenannt zu Rollerball genau und ich glaube den Rest habe ich dann auch so weit gelassen ähm die Space Size habe ich nochmal erweitert ähm mit dem Multiplikator den wir auch bei der Randomisierung genommen haben und zwar 8 und äh das Model ist erstmal noch none weil wir haben ja derzeit noch kein trainiertes Model das bedeutet jetzt ist alles so dass es äh erst mal ja von 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 Hand nur läuft ähm deswegen habe ich hier als Behavior Type erstmal Heuristic Only eingestellt Heuristic Only bedeutet im Falle von Unity dass man halt eben mit der Tastatur ähm die Kugel steuern kann jetzt ist das Problem dass ich dann die Fehlermeldung bekommen habe Heuristic Method called but not implemented returning placeholder actions da äh war ich dann ein bisschen ein bisschen zu früh dran und habe dann nachgeguckt wo das Problem eventuell sein könnte ähm das ist aber eigentlich relativ simpel und zwar lag das einfach nur daran dass ich vergessen hatte meine äh heuristische Methode innerhalb des Agents ähm zu überschreiben also sprich es hat ein weiterer Override gefehlt damit ich halt eben meine Key Inputs auf dem Agent anwenden kann nach einer kurzen Suche habe ich dann aber auch rausgefunden äh wie ich das halt eben mache und zwar mit einem wieder Public Override White Heuristic ähm dann in den Action Buffers die Actions Out ähm einmal zu überschreiben und da haben wir dann einmal die äh Variable Continuous Action ich habe mich so oft dabei verschrieben weil das im Deutschen einfach so schwierig ist Continuous einfach sich also auf Englisch das Wort zu haben deswegen muss ich da auch nochmal reingehen da ist jetzt gerade ein R drin deswegen funktioniert das zwischenzeitlich nicht aber wir setzen halt eben die Continuous Actions Out ähm als Actions Out von äh den Continuous Actions erstmal und anschließend dann nochmal mit unseren beiden Variablen die wir vorher einmal festgelegt haben in den Control Signals der 0 und der 1 für Horizontal und Vertikal jetzt hat er mir dann da halt eben nochmal einen kleinen Fehler raus äh weil ich dort wieder ähm eine Klammer falsch gesetzt hatte das lag nämlich daran dass ich meine ähm mein Override von den Heuristics ähm in die falsche Sparte reingehauen hatte ähm deswegen musste ich das dann hier nochmal markieren hab das rausgenommen nochmal ein bisschen sauber gemacht damit das ordentlich aussieht und dann hat das hoffentlich auch alles gepasst denke ich genau damit war der Fehler behoben dann hatten wir nochmal einen ähm anderen Fehler meistens hilft Unity dir ganz gut weiter ähm weil es immer schon sagt in welcher Zeile es ist also ihr habt ja dann da unten immer 73, 47 stehen 73 bedeutet halt eben 73. Zeile 47 ist dann das 47. Zeichen was nicht hinhaut und deswegen ähm bin ich dann halt eben durchgegangen und hab hier Stück für Stück die gesamten Fehler noch ausgemerzt meistens hat es was mit Groß- und Kleinschreibungen zu tun ähm wenn man wenn man Variablen übernennt beziehungsweise wenn man die halt eben hat äh weil sie als Instruktoren dann danach immer groß geschrieben werden nach einem Punkt aber wenn man sie aufruft halt eben klein und äh da kann es bei mir hin und wieder immer vorkommen dass ich dann eben mit einem automatischen Tab oder ähnlichem das dann äh einfach nur ausfüllen lasse obwohl das dann halt so gar nicht richtig ist deswegen das hier nochmal alles angepasst die Us und Us dann waren auch alle Fehler soweit erstmal weg so und dann hatten wir wieder die Kamera und jetzt konnte ich dann halt eben auch mit meinem äh Tasten das hin und her bewegen wie man gerade gesehen hat war es dann aber so dass der Ball jedes Mal resettet worden ist ähm wenn er es geschafft hat was halt daran lag dass es zu nah dran ist den Fehler habe ich bis jetzt noch nicht ganz rausgefunden ich glaube das lag daran dass der Spawn von dem Cube zu nah an dem Ball dran war weswegen halt immer die Erfolgs ähm Beendung des des Tests ausgeführt wurde dann habe ich als nächstes nochmal probiert die Kamera umzusetzen hatte da aber einen kleinen Fehler drin äh weil die Szene noch aktiv war generell alle Einstellungen die ihr macht während ihr ähm den Playbutton aktiviert habt sind halt nichtig deswegen müsst ihr es danach nochmal machen also immer darauf achten ich werde mich wahrscheinlich demnächst auch nochmal wesentlich mehr mit Unity auseinandersetzen weil mir aufgefallen ist über das Projekt wie cool eigentlich das alles ist und jetzt nachdem ich das dann eingestellt hatte hat das ganz gut funktioniert ich konnte den Ball hin und her fahren lassen hier habe ich dann wie gesagt das Problem dass es halt immer nur in die X und Y Achse ging und das Problem was weiterhin entstanden ist ist dass der Ball halt immer nach unten gefallen ist und wir hatten ja vorhin festgelegt dass wenn der Ball fällt ähm das ein äh Grund ist das Experiment abzubrechen deswegen dachte ich mir okay dann muss das wahrscheinlich was damit zu tun haben ich habe dann zuallererst den Ball beim Reset ähm auf den Höhenwert 0 gesetzt genauso wie das Target auf 0 sprich dass die halt beide auf der Plane drauf sind damit beide nicht mehr fallen können damit hätte ich das Standardproblem schon mal gelöst allerdings ähm konnte ich noch nicht ganz das Problem lösen äh wie das zusammenhängt mit der mit der Distance zum Target und warum ich nicht nach links und rechts moving konnte äh ich gucke gerade hier mal durch dann ist mir aufgefallen dass das Control-Signal falsch gesetzt war jetzt habe ich das so X und Z geändert oben sieht man ja auch X ist rot Z ist blau und nachdem ich das geändert hatte hat das super gut funktioniert ähm bei den Resets war ich halt immer noch ein bisschen verwundert aber ich denke echt dass das mit den mit den Frames zusammenkommt wie halt eben gerendert wird ähm je näher man dran ist desto besser ist es man hat ja auch gerade gesehen dass wenn der Cube so schnell hintereinander spawnt ähm der auch immer instant als Erfolg gewertet wird und äh deswegen habe ich dann hier nochmal mit den Werten ein bisschen rumgespielt nachdem ich das höher gesetzt hatte äh schien auch soweit wieder alles zu funktionieren konnte dann auch die gesamten restlichen Fehler klären hab mich dann jetzt erstmal rangemacht noch ähm das Neural Network quasi aufzusetzen also die Brain Configuration dazu muss ich sagen ich glaube allein dafür hätte jede einzelne Begrifflichkeit nochmal ein eigenes Video an sich verdient beziehungsweise das das aufsetzen das habe ich einfach nur äh straight kopiert also am Ende des Tages äh logischerweise ähm schon probiert es irgendwie zu verstehen aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen also wir sind jetzt schon knapp über 15 Minuten deswegen kürze ich das einfach ab die Links habt ihr unten auch alle in der Beschreibung ich bin wirklich nach dem Standard ähm Git gegangen also von daher das kann ich auch nur jedem und jeder empfehlen äh genau das Behaviour gibt quasi also einfach nur an wie halt eben das maschinelle Lernen funktioniert in den äh richtigen Anwendungsfällen macht man das meistens mit mathematischen Formeln das habe ich dann einfach noch einmal abgespeichert noch ähm als Rollerball underscore config ähm Jamal Ryam A-L ähm genau und anschließend wollte ich dann nochmal halt eben die ML Agents ausführen dafür wofür wir ja alle da sind dann ist mir aufgefallen dass ich das in einem komplett anderen virtuellen Environment gemacht hatte gemacht hatte weil ich da seit äh über neun Stunden dran saß in einem anderen Projekt was wie gesagt äh nicht funktioniert hatte dann dachte ich mir okay äh dann wird wahrscheinlich das simpelste sein einfach nochmal ein virtuelles Environment kurz einmal aufzusetzen das ist äh äh ja nicht wirklich schwer also wenn ihr einfach den Schritten nochmal folgt aus eurem Environment was ihr hattet ähm sollte es funktionieren aber ansonsten könnt ihr auch einfach äh das hier nochmal ganz genau so nachmachen dass ihr halt eben sagt ihr fangt auch von Grund auf an und ähm installiert dann da rein für mich hat das am besten funktioniert weil es funktioniert hat zum Schluss deswegen kann man da ganz einfach mit einem P-Ry ähm slash ähm äh VNF äh VNF also für Virtual Environment Virtual Environment ein Virtual Environment anlegen was für einen Zungenbrecher dreimal hintereinander und anschließend einfach über äh VNF slash Scripts slash Activate dieses virtuelle Environment aktivieren ähm genau wie davor seht ihr dass es halt eben aktiviert ist weil halt vor eurem Pfad dann in Klammern äh VNF steht mit PIP Install Upgrade PIP ähm hab ich dann nochmal PIP probiert zu upgraden das Ding ist dadurch dass ich diesmal weil ich mir zwischenzeitlich nicht sicher war ob das was mit dem Pfad zu tun hat alles auf C installiert hatte was auch mein äh Main Partitions äh hat es für die Windows Datei wurde mir da dazu verweigert aber mit PIP 21.1 geht es halt auch anstatt 21.3 ähm jetzt musste ich mir halt nur nochmal die gesamten Libraries holen die sind halt auch alle verlinkt in den Docs drin und passt auf jeden Fall darauf auf dass ihr die richtigen ähm Libraries zu eurer Unity Version holt aber das ist alles in der Tabelle super gut aufgelistet von daher ist das eigentlich echt nicht die Welt da einmal sich die Comments raus zu kopieren und dann dort einzugeben angefangen also einfach wieder bei der Torch Version da habe ich mir einfach nur das Download Comment rausgezogen mit Rechtsklick dann halt eben rein ähm das wurde auch ziemlich ziemlich schnell installiert ich spure das Ganze hier dann mal an der Stelle vorwärts und nachdem das dann fertig war äh natürlich nochmal die ML Agents in Version 1.7.0 müsste das glaube ich gewesen sein da sieht man auch ganz zum Schluss dass dann da noch wesentlich mehr Packages mit installiert worden sind aber das sollte dann soweit alles funktioniert haben auch hier wieder natürlich ein bisschen verschnellert für euch so dann habe ich als nächstes probiert äh das Neural Network drüber laufen zu lassen da wurde mir dann gesagt dass dann die äh Hyperparameters äh falsch waren ich denke dass ich da einen Fehler äh gehabt haben werde bin dann nochmal drüber gegangen hab das abgeglichen mit dem was halt eben dort rein sollte mir das einmal dann quasi per Copy Paste reingehauen also da weiß ich jetzt gerade nicht ganz wo da der Fehler war ähm wie gesagt das ist auch nochmal was für ein eigenes Video hier könnt ihr jetzt erkennen anhand des Unity Logos dass es los geht und wenn ihr dann auf Start drückt seht ihr dass der Ball von alleine probiert ohne dass man halt irgendwas macht ähm da seine seinen Weg zu dem Cube zu finden äh ich hätte die vielleicht noch einfärben sollen das wäre eine klügere Idee gewesen damit das besser funktioniert aber ich denke das wird relativ einfach klar äh wie das funktioniert ich habe das hier mal 250-fach verschnellert ähm damit das einfach ein bisschen schneller geht jetzt könnt ihr auch hier sehen dass die ersten 10.000 Steps gemacht worden sind sowas liegt hier beispielsweise halt eben in genau dieser YML äh Datei fest so die hatten wir dann einmal fertig das coole an der Sache ist es gibt einen äh Tensorflow ähm ähm Modul was halt mit installiert wird in PyTorch wo ihr euch angucken könnt wie halt eben euer euer Training verlauf das könnt ihr auch einfach starten über die Konsole ähm ganz simpel mit Tensorboard slash äh äh meines meines logdeer äh Results meines meines Port 6006 und ähm dann müsst ihr anschließend nur zu eurem Localhost auf dem Port 6006 äh connecten ich glaube ich ziehe den hier auch gleich dann einmal noch rein in das Video perfekt da haben wir es und hier könnt ihr ja sehen dass es da eine kleine Steigung gibt so dadurch dass mir das aber natürlich ein Stückchen zu lange gedauert hat habe ich mir anschließend das Training Area genommen als Environment habe das dann einmal zusammengepackt in den Assets und dann multipliziert weil jedes dieser Trainings Area quasi individuell alleine für sich zuständig ist also ihr könnt euch das wirklich vorstellen ähm dass die halt alle für sich trainieren aber ähm insgesamt zu einem großen Ganzen beitragen und das habe ich jetzt nochmal wesentlich schneller gemacht damit es einfach für euch angenehmer ist wie ihr sehen könnt bei der Time Elapse seht ihr die Originalzeit wie lange das dauert der Mean Reward bedeutet halt immer wie viele Reward Points freigeschaltet worden sind der liegt bei uns im Schnitt um die 0,53 was daran liegt dass teilweise der Cube halt außerhalb der Plattform joint wo der Ball halt immer automatisch runterfällt also äh da kann der Ball dann auch nicht viel machen äh da müsste man nochmal in den Code reingehen um zu gucken dass halt eben die Wahrscheinlichkeit dafür geringer ist und genau dann habe ich hier nochmal das Tensorboard geöffnet damit man hier ein bisschen besser ähm erkennen kann was eben abgeht äh wir haben ganz oben die Cumulative Rewards das bedeutet halt eben wie viele Reward Points insgesamt zusammen ausgegeben worden sind da sieht man ja gerade ein gutes Wachstum hätte man das jetzt noch ein bisschen laufen lassen ähm denke ich hätte sich das trotzdem eingependelt bei 0,55 wegen dem Fehler den ich gerade eben schon genannt habe ähm die Episodenlänge gibt halt immer an wie lange eben diese äh 10.000 Durchläufe gebraucht haben die sind halt auch immer weiter nach unten gegangen äh da kann man jetzt auch gut sehen es gab dann irgendwie einen Einbruch und dann wurde es auf einmal wieder wieder länger ja wie man erkennen kann wird auch der Pfad ausgegeben wo halt eben das Ergebnis ist deswegen habe ich dann alle anderen Environments erstmal gelöscht um das Modell zu integrieren bin dafür in den angegebenen Pfad unter Results Rollerball gegangen und habe mir dann die Onyx Datei gezogen quasi unser Brain also das Netzwerk was wir trainiert haben das habe ich dann reingezogen auf unser Modell und anschließend nochmal die Szene ein bisschen angepasst damit man es ein bisschen besser sehen kann wie das dann halt funktioniert und wie man erkennen kann nach kurzem Laden bewegt sich der Ball automatisch halt immer zu dem Würfel hin ohne dass man irgendwas eingeben muss wie gesagt es gibt noch kleine Fehler und zwar dass halt eben der Würfel außerhalb spawnt und der Ball da nicht dran kommt obwohl er es halt eben probiert oder dass der Würfel halt einfach verschwindet wenn der Ball zu schnell irgendwo in der Nähe ist aber an sich hat man ja gesehen war das schon mal ein sehr sehr gutes Tutorial zumindestens für mich gewesen um mich reinzuversetzen in diese Lage und in die Basics von Machine Learning ich hoffe ihr konntet auch ein bisschen was lernen lasst es mich auf jeden Fall wissen und ansonsten bleibt mir nur zu sagen ich wünsche euch eine wunderbare Weihnachtszeit einen guten Rutsch ins neue Jahr bleibt gesund und wir hören uns im nächsten bis dann ciao und wir hören uns im nächsten Mal und wir hören uns im nächsten Mal Vielen Dank.